. Geht's noch? Fragen Sie mal, sind Sie irre? Fragen ausgerechnet Sie. Ähm, sind Sie irre? Was wäre denn, wenn ich jetzt abgedrückt hätte? Was wäre denn, wenn ich jetzt abgedrückt hätte? Ist es. Richtig? Sagen Sie mal, sind Sie irre? Fragen ausgerechnet Sie. Was wäre denn, wenn ich jetzt abgedrückt hätte, hä? Hey, wie krank muss man bitte sein, Tiere zum Vergnügen abzuknallen? Sie beruhigen sich jetzt erst mal. Ich mach das nicht zum Vergnügen. Ach so, ach, ah ja, das war fürs ökologische Gleichgewicht, oder wie? Ganz genau. Ja, klar. Sagen Sie mal, ich bin Förster. Mhm. Ja, wie ein Förster schauen Sie aber nicht aus. Das tut mir natürlich leid, dass ich jetzt nicht Ihren Erwartungen entspreche. Das ist ja die erste Szene in der Ausstrahlung, sag ich jetzt mal. Und es war, glaube ich, an einem Freitag in meiner ersten Woche. Also es war trotzdem noch die erste Woche. Und ich weiß einfach noch, dass ich irgendwie sehr viel mit dem Gewehr beschäftigt war. So, wie rum hält man jetzt, also mich da noch mal informiert habe, wie hält man jetzt dieses Gewehr? Und dass ich auch, es war total schön, weil da sind ja überall so moosbewachsene Bäume und es war irgendwie voll der schöne Drehort. Daran kann ich mich noch sehr stark daran erinnern. Und es gibt so einen schrägen Baum, an den kann ich mich sehr gut erinnern. Unter dem taue ich irgendwann, glaube ich, auch noch so durch am Ende. Vielleicht geht mal wieder ... Ja.